Und ein Moinsen zu nach langer Zeit mal wieder VfB News. Ihr habt geschaut, das letzte Mal war am 20.09., das ist über zwei Monate her mittlerweile. Klar, wir hatten danach auch ein paar längere Videos, Mission-Analyse, Video zu Trainerentscheidungen und so weiter und so fort, die so ein bisschen in die Richtung gingen, halt auch so podcastmäßig, labermäßig. Aber da haben wir jetzt vielleicht auch mal einen Zeitpunkt, alles mal abzuräumen, was ich so gesammelt habe. Ich schicke mir ja die Links immer und mache da meine Dokumente und so Geschichten. Da habe ich mir ganzen Links bei, ganzen interessanten Sachen bei. Es gab aber nie einen richtigen Zeitpunkt, um die mal loszuwerden, sage ich mal, weil auch die Themen dann irgendwie auch halbwegs relevant sein müssen für so eine VfB News-Folge. Und alles, was relevant wurde, konnte man eh dann in quasi Einzelvideos zu dem Thema, eben dem spezifischen Thema dann abarbeiten. Jetzt habe ich einiges, habe natürlich auch viel, was schon älter ist, rausgeschmissen, weil es einfach nicht mehr interessant ist. Gehen hier einige Themen durch, natürlich auch mit dem Fokus hier wieder auf Missentat, die ganzen Geschichten. Und eben auch vom Zeitpunkt her wichtig, nicht, dass ich quasi diese VfB News bringe, wieder zum schlechten Zeitpunkt bringe, im Sinne von, ich bringe es ja erst dann, wenn die Entscheidung für Missentat schon durch ist und die da schon ein extra Video zugemacht hat und sowas. Deswegen ist hier noch das Thema drin, weil da könnte sich ja die nächsten Tage was tun, wo sich das Thema endlich entscheiden, was denn nun passiert bei Missentat. Natürlich auch einige andere Themen. Hier zum Start erstmal VfB generell. Es könnte teilweise ein bisschen wild werden, muss ich sagen. Also, ja, viele verschiedene Themenblocks hier nicht so wirklich miteinander zusammenhängen. Ich habe es mal versucht, in eine Form von Reihenfolge zu bringen. VfB generell. Das Dächle. Liebe VfB-Fans, eure Sicherheit ist uns wichtig. Der VfB hat ein Hilfetelefon eingerichtet für, ja, bei Vorfällen an Heimspieltagen. Gutes Ding. War lange überfällig. Haben es jetzt eingerichtet. All for the balls. Hashtag check dich selbst. Hier heißt es bei der Grafik von VfB auch schon länger her. Gemeinsam gegen Hodenkrebs. Das ist ja sowieso hier VfB und Krebsverband haben eine Kooperation gestartet in Baden-Württemberg. Und so oder so ist es ja auch wieder, oder was ist es wieder, ist ja ein aktives Thema geworden. Oder aktiveres Thema geworden durch eben die einigen Fälle im Profifußball. Also, wie das auch VfB da teilnimmt quasi. Das ist eigentlich ein aktueller. Kein Satzungsverstoß durch Vereinsbeiräte. Sei auch, wie es ist. War jetzt nicht tief drin, um was es da jetzt genau ging. Ging es schon aber irgendwie darum, dass eben manche im Vereinsbeirat und Brasilien nicht da sitzen dürften, wo sie es jetzt tun. Jetzt haben sie aber ein Gutachten gemacht. Und demnach gibt es keinen Satzungsverstoß. Und dabei ist das Thema, glaube ich, auch abgehakt. Es war wieder interner Spaß geworden. Aber scheinbar kein Satzungsverstoß. Ja, dann ist das Thema für mich erstmal abgehakt. Weil es ist kein Thema, was mich jetzt groß juckt. Vielleicht euch in den Kommentaren. Keine Ahnung. Personal. Nur ein Punkt drin im Unterpunkt. Nämlich, dass eben merkt man ja aktuell, wer die WM guckt. Merkt das, dass Thomas Hitzesberger und Sami Khedira in der ARD als TV-Experten am Start sind. Das ist der Teil. Spielplan. Auch schon länger raus, aber trotzdem interessant anzusprechen. Einfach auch, wie gesagt, wie bei allem. Ihr werdet es alle schon wissen oder vielleicht auch schon bei mir gesehen habt auf Instagram. Da kann ich es ja einfach schnell in die Story posten, wenn was Neues da ist. Deswegen gerne auf Instagram reinfolgen. Da ist alles aktueller als hier. Trotzdem war es mir wert nochmal anzusprechen, weil wir jetzt halt wirklich nochmal sechs neue Spieltage haben. Angesetzt wurden von Spieltag 20 bis Spieltag 25. Und jedes Spiel spielen wir am Samstag. Wir haben ein wahnsinniges Terminierungsglück, sage ich mal. Also außer natürlich, dass manche sagen, ey, nee, ich finde die Sonntagsspiele viel geiler, wegen hier und hier. Aber an und für sich, Samstag ist ja der Fußballtag, so der Bundesliga-Tag, der Spieltag. Und da spielen wir jetzt einfach von den sechs Spielen sind vier Stück. Samstag 15.30 Uhr und zweimal Samstag 18.30 Uhr die Topspiele. Die Topspiele haben es auch in sich, zweimal hintereinander. 22. Spieltag auf Schalke am 25.02.18.30 Uhr und die Woche drauf. Dann Heimspiel gegen die Bayern, Topspiele der Woche, 18.30 Uhr am 4.3. am Samstag. Ich glaube, der VfB hat damit jetzt, ich glaube, in den 25 Spieltagen müssten es, glaube ich, so 17 Spiele sein etwa, die wir samstags gespielt haben. Also wir können uns dieses Jahr wirklich alles andere als darüber beschweren, über die Terminierungen und Ansetzungen. Tickets wird auch wieder relevant, weil jetzt eben für die, die keine Dauerkarte haben, für die, die nicht schon Tickets haben, fängt es langsam an, dass die Verkäufe losgehen. Für Mainz wieder das erste Heimspiel nach der Winterpause. Ich glaube, Hoffenheim auswärts und sowas müsste auch demnächst starten. Paderborn und sowas für den Pokal, da kommen so langsam die Verkäufe. Aber das eigentliche Thema ist hier vor allem die Rückrundendauerkarte, die es ja für Mitglieder gibt. Und da habe ich auch schon irgendwo mal angesprochen, in einem Vorbericht oder so, ich weiß schon gar nicht mehr. Wie gesagt, ist schon ewig her. Aber da ist einfach nochmal krass, hat hier jemand im Tweet nochmal rausgehauen, rausgerechnet, dass es halt wirklich fast 50% Zuschlag sind im Vergleich zur Hinrunde. Hier nach dem Motto, Kofensitzplatz 2 ist auch meine Kategorie, die billigste Sitzplatzkategorie im Stadion. Kofensitzplatz 2 hat er 338 Euro gezahlt. Hat die gekostet für eben die 17 Spiele. Runtergerechnet sind das 19,88 Euro pro Spiel. Und jetzt, die Rückrundendauerkarte kostet in derselben Kategorie für diese 9 Spiele 261 Euro und damit 29 Euro pro Spiel. Das ist schon heavy. Das ist auch etwa der Preis, den man normalerweise zahlt in dem Bereich. Also diese 19 Euro oder aufgerollt 20 Euro pro Spiel, das ist nicht der normale Kartenpreis. Das ist einfach der Dauerkartenrabatt, der drin ist, weil man eben für eine gesamte Saison gekauft hat. Ich glaube, so die normalen Spiele sind bei so 25 Euro, ein paar teurere Spiele oder bessere Gegner, wie auch immer, sind auch bei eben diesen 29 Euro für diese Sitzplatzkategorie. Und da ist die Rückrundenkarte schon deutlich, deutlich teurer. VfB Service Team hat sich ein bisschen damit rausgeredet, oder was heißt rausgeredet, aber zumindest argumentiert damit, dass eben in der Rückrunde dabei eben ziemlich nachgefragte Heimspiele sind. Ist ja auch richtig so, eine Bayern Dortmund ist dabei, so Geschichten. Gladbach und sowas auch. Trotzdem finde ich das wirklich ein bisschen, ein bisschen heavy. Da frage ich mich sowieso auch, wie viele Karten die denn davon rausgeben. Wir haben ja eh nur so 46.000, 47.000 gerade. Und hier kam auch eine Grafik raus, wir haben schon 28.000 Dauerkarten verkauft. Also so unbedingt allzu viel mehr kannst du da eh nicht raushauen an Mitglieder-Dauerkarten oder an Rückrunden-Dauerkarten für Mitglieder so rum. Da muss ja schon irgendwann ein Deckel in das Ding. Und gut, Kurve-Sitzplatz ist eh quasi raus. Die Kurve ist eh mehr oder weniger ausverkauft mit Dauerkarten. Das sind wahrscheinlich sowieso noch, noch teurere Kategorien, die ja überhaupt in Frage kommen für diese Rückrunden-Dauerkarte. Jung und wild. Endlich mal ein Punkt, der auch zwei, drei mehr Tabs offen hat. Laurin Ullrich hat debütiert aus der Jugend für den VfB in Leverkusen. Sehr geile Aktion. Werle hat sich geäußert, die Vision von einem deutschen Nationalspieler vom VfB bei der EM 2024. Da haben sich auch viel darüber aufgeregt und wie auch immer. Das ist ja generell gerade so ein bisschen das Bild bei Werle. Egal was der sagt, das wird alles komplett weggehatet. Da muss ich aber sagen, warum denn nicht? Also gerade kann man es nicht sehen. Das ist ja auch nur noch anderthalb Jährchen hin, bis die EM stattfindet. Also aktuell kann man es überhaupt nicht sehen, dass da einer kommt. Aber natürlich langfristig wäre es schon mal wieder schön, einen aus der Jugend da hochzubekommen in der Nationalmannschaft. So ist es ja nicht. Wäre auf jeden Fall aber wieder ein Projekt. Und da haben wir zumindest in der U17, U19 und so weiter schon einige, die vielleicht den Schritt gehen können. Sehr schön auch für den VfB 2 oder VfB U21. 2020 hat wieder Jordan Mayer die ersten Spielminuten gesammelt nach monatelanger Verletzungspause. Auf dem haben wir es ja auch viel gehalten, auf den Mittelfeldspieler. Jetzt ist er zurück. Mal gucken, ob er oder in welchem Sinne er wieder an die alte Stärke zurückgreifen kann. Dann interessant noch, in einem Podcast habe ich gehört, wo hier Philipp Meisel am Start war von SCN, SCZ. Bei dem Brodelei oder Brodelei, weiß nicht wie man das ausspricht, gab es eine Folge eben zu der Jugend, wo der Meisel ja auch so ein bisschen seinen Schwerpunkt hat. Auch früher schon davor. Da hieß es interessanterweise, dass man schon beim VfB ein bisschen geplant hat. In Sachen Torwartposition war da mehr ein absolutes Riesentalent mit Dennis Simon. Wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin. Ich gucke jetzt keine VfB U19 oder sowas. Aber da kommen schon immer die Sprüche raus von wegen, yo, heilige Scheiße, wenn da alles richtig läuft, dann muss der bei uns Stammkippe werden. Hat richtig dick Potenzial. Da hieß es auch irgendwie nach Motto, als man einen Kurbelersatz gesucht hat und den mit Müller gefunden hat, dann dachte man sich so, yo, Rummer ist ein. Einen für acht, neun Jahre, der das Ding hier auf acht, neun Jahren durchspielt oder holt man eben einen, der hier für drei, vier Jahre das Ding ganz gut hält. Und danach kommt einer aus der Jugend und so ist wohl bei Müller, wurde geholt, um das hier für drei, vier Jahre auf Top-Niveau zu machen oder auf sehr gutem Niveau zu machen, wie auch immer. Und danach soll eben Dennis Heimann da reinwachsen in die Tore-Position. Sehr interessant. Im selben Zug, auch beim Thema Junge Wilde so ein bisschen, so richtig, der Glauben ist nicht mehr da bei Kool und bei Momosizeh. Momosizeh ja irgendwo da jetzt in Polen im zweiten Laie-Jahr. Fahir ist scheinbar ein bisschen schade. Der sollte eigentlich normalerweise mehr oder weniger Startelf spielen in Dänemark. Läuft ja auch nicht so geil die Laie da. Aber eben immer wieder kleinere Verletzungsprobleme. Und deswegen hat er da auch noch nicht ganz Fuß gefasst, was ein bisschen schade ist. Sind wir auch gerade beim Thema Leihspieler. TBD ist mehr oder minder der einzige Leihspieler, der wirklich funktioniert da bei Alltag, der seine erhöhten macht. Hat auch seine Ups und Downs, kennt man so vom TBD bei uns. Aber sehr geil, sehr interessant auch, hat Alltag gepostet. TBD ist nominiert oder wurde nominiert, ist ja auch schon ein bisschen her, für die U20 von Frankreich. Und das ist schon auch ein Zeichen. Also 19 Jahre alt ist der Kollege ja, das ist schon ein Zeichen. U20 Frankreich ist jetzt, da kommt nicht jeder rein. Die haben schon auch eine gute Jugendarbeit. So ist es nicht, diese ganzen Frankreich-Jugendteams oder Nationalmannschaft von Frankreich generell hat ja schon einen riesen Pool an krassen Spielern und krassen Talenten, dass der TBD immer noch bei der U20 dabei ist. Trotz eben der Laie quasi von der Liga her, Downgrade-mäßig runter nach Alltag, ist schon ziemlich geil. TBD in der U20 für Frankreich. Und das hier ist auch bekannt, auch schon ein Ticken älter, aber nochmal aufgefrischt worden, dass man nicht ganz so zufrieden ist mit den Laien von Klimovic und von Bejas. Man muss ja, wie gesagt, generell sagen, auch Massimo da irgendwo in der zweitburgischen Liga ist ein bisschen Quatsch. Die ganzen Laien da funktionieren alle nicht so richtig. Aber eben gerade da auch ein bisschen das Aussage, wir sind nicht zufrieden, was in Bielefeld und Magdeburg passiert. Das entscheiden die Leute dort, wie es da aussieht, weil es eben auch schon Überlegungen gibt über einen Abbruch jetzt schon im Winter. Darüber werden wir sauber sprechen. Bielefeld und Magdeburg hat man sicher kein Interesse zu behalten, wenn sie nicht spielen. Da muss man eine vernünftige Lösung finden. Da sind beide ja ein bisschen auch doof gelaufen. Wahrscheinlich darf man sich auch gerade bei Bielefeld als Absteiger und auch Magdeburg, die schon mit gutem Fußball hochkamen, dass die halt da wirklich auch vielleicht ein bisschen spielen können. So ist eben nicht der Fall. Können nicht so richtig ausleben, weil eben beide im Abstiegskampf stecken. Da braucht es erstmal eigentlich andere Spielertypen als jetzt ein Klimovic oder ein Bejas. Gerüchte und das ist, glaube ich, alles, was ich in der Liste habe, ziemlich wild. Obwohl, die Hälfte ist wild, die andere Hälfte nicht. Das sind genau drei Dinger, glaube ich. Da kann man gar keine Hälfte. Perfekt. Ich habe gar kein Blatt, was ich hier mache eigentlich. Jovan Milosevic ist halt ein Twitter-Gerücht. Ist auch schon ein bisschen älter. 17 Jahre alt. Serbisches Sturmtalent, wo auch einige ausgeflippt sind, als der Tweet kam. Von wegen, den holt der VfB, weil einige sehr, sehr angetan. Wenn das funktioniert, kam seither nichts. Deswegen, ne, ad acta gelegt. Weg damit. Lukas Ulrich, Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft, befindet sich im Fokus zahlreicher nationaler und internationaler Vereine. Hertha, Jugendspieler, 18 Jahre alt, könnte im Sommer wechseln. VfB wird auch genannt, nach einem Bericht der BILD, dass wir ihn beobachten würden. Aber eben auch, ne, französische Klubs dabei, mehrere Zweitligisten dabei. Gladbach, Bremen, Frankfurt, Hoffenheim. Da sind wohl einige interessiert an dem Kollegen. Das dürfte Abwehr sein. Ja, das ist ein Abwehrspieler, Abwehrjuwel. Tongi Koulibaly gab es auch ein kurzes Gerücht, dass er scheinbar zu den Spielern gehört, laut einem Kicker, die im Winter den Verein veranlassen dürften. War ihm auch ein bisschen schade, weil er hieß eigentlich im Sommer, das hieß eigentlich immer, jo, ganz geile Vorbretter eingespielt. Jetzt aber halt doch immer wieder Verletzungsprobleme gehabt. Läuft nicht so ganz. Sowieso sich bei uns nie so wirklich durchgesetzt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Irgendwo gab es auch so Twitter-Gerüchte mäßig, dass vielleicht Schalke interessiert wäre. Wieder so Laie mäßig, so Tschulnov mäßig. Er hat ja schon mal gut funktioniert. Ein Flügelspieler an Schalke ausleihen von uns. Ist eben auch das Problem. Da müsstest du ihn halt auch verlängern, weil Koulibaly nur noch bis Sommer Vertrag hat bei uns. Ja, mal gucken. Weil so richtig abgeben kannst du den Links eigentlich nicht, ohne dass jetzt viel von ihm halten würde. Ob jetzt irgendwie auch das Testspiel, worauf ich nachher noch zu sprechen komme, überbewerten will mit den zwei Toren. Aber gerade auf links sollte wirklich ein Sosa wechseln, was wir auch noch gleich besprechen, oder kurz ansprechen zumindest. Dann kannst du gefühlt eigentlich nicht abgeben. Weil du hast schon Mola ausgeliehen, Koulibaly ist wieder einer für die Linke, danach hast du eigentlich keinen mehr. Wenn Sosa weg ist, Mola weg ist, Koulibaly weg ist, hast du nur noch Ito eigentlich für links. Defensiv wie offensiv. Das wäre schon ein bisschen wild. Das kannst du eigentlich rein für die Kaderbreite nicht machen. Von der Qualität her vielleicht. Kann ich gerade nicht einschätzen, wie es ja der VfB intern noch an ihn glaubt und mit ihm plant. Auch ein Gerücht, was man wahrscheinlich auch eher unter Name-Dropping oder wie auch immer wegschieben könnte. Aber ein paar italienische Medien, mal seriöser, mal unseriöser, haben berichtet, dass wohl AC Mailand einen Blick auf Thiago Tomas wirft. Den beobachtet, sag ich mal. Weitergehend auch noch nicht. Also ich glaube nicht, dass sie da jetzt irgendwie dazwischen funken und uns irgendwie in der Neue abbrechen, damit Sporting den verkaufen kann direkt irgendwie an Mailand oder sowas. Das Niveau für Champions League AC Mailand aktuell wieder ein bisschen besser geworden. Aber ich ticke mal, dass es da bei der Beobachtung bleibt als einer von Talenten halt da vorne. Was ja ganz klar ist. Mehr würde ich da jetzt nicht rein interpretieren wollen. Wataru Endo. Er und Sosa, so Einzelthemen, sag ich mal. Da hat sich ja Flick schön geäußert über ihn vor dem Japan-Spiel, was sie auch gewonnen haben. Und dann, dass er in den vergangenen Jahren einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga war. Diese WM hilft ihm auch sehr, würde ich sagen, sich ins Schaufenster zu spielen. Auch einige so Stats und so weiter, so Analysten und so weiter, haben sich auf Twitter geäußert nach dem Deutschland-Spiel, aber auch nach dem letzten Japan-Spiel. Dass er wahnsinnige Werte gemacht hat, auch gegen Deutschland ein richtig geiles Spiel gemacht hat. Und so langsam macht wahrscheinlich der Name Endo schon die Runde. Dass der Kollege schon durchaus was drauf hat. So ist ja nicht. Was natürlich uns direkt wehtut. Es gab auch direkt vor der WM noch ein Interview mit dem Kicker. England habe ich noch immer im Kopf. Das ist ja nichts Neues, dass Endo gerne immer in die Premier League wechseln würde. So ein Traum von ihm. Natürlich gerne auch Champions League, wer will das nicht? 29 Jahre alt. Und da jetzt mal gucken. Ich hoffe nicht und ich glaube auch nicht. Aber wenn er sich wirklich weiter in der WM so ins Schaufenster spielt, was er hoffentlich ja nicht tut aus deutscher Sicht. Weil das würde ja heißen, dass Japan weiterkommt und wir nicht im Normalfall. Außer mit Spanien passiert noch irgendwas Wildes. Aber hoffentlich sind es dann drei Spiele und das war es fürs Schaufenster. Aber die Gefahr ist schon durchaus da, dass vielleicht ein Premier League-Klub sagt, ey, geiler Kicker. Dass er sagt, ey, ich habe Bock auf England. Ich habe Bock auf die Premier League. Und das Einzige, worauf ich halt hoffe, oder was ich auf jeden Fall nicht glaube, ist, dass irgendein Champions League-Klub aus England sagt, den hole ich. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht so richtig. Und es hilft da nur so ein bisschen das Alter, würde ich sagen, weil er eben 29 ist. Gutes Fußballeralter, aber nicht im Sinne von Top-Klub holt ihn als Riesentalent. Sondern es ist irgendwie nicht so die Kragenweite oder nicht so das Alter und so. Nicht so das Beuteschema von so Top-Klubs in England, würde ich sagen. Der Wechsel würde nur da sein. Und die Gefahr, dass er wechselt, würde nur da sein, wenn er eben einen auf Kalajic macht, einen auf Mangala macht, um jetzt allzu böse klingen zu wollen. Und eben irgendwas Mittelmäßiges nach England wechselt, einfach um halt Premier League gespielt zu haben mal. Aber muss man ja auch sagen, wie gesagt, 29. Wenn er den großen Schritt machen will, dann wäre er jetzt so ein bisschen ein guter Zeitpunkt für. Wäre natürlich sehr, sehr schade. Ich will jetzt auch kein Gerücht aufmachen, weil es einfach noch keine gibt. Aber wenn er sich wirklich noch weiter oder für irgendwen in England in den Schaufenster gespielt hat, könnte das interessant werden nach den Leistungen bei der WM. Ich hoffe es natürlich nicht. Borna Sosa, nächste, auch Thema Schaufenster, WM, die Stars. Hat auch da beide Spiele über voller Distanz gespielt. Von Beginn an drin gewesen. Sehr, sehr geil für Kroatien bisher. Ja, und da heißt es halt auch, wir brauchen wohl die Kohle. Es gab seinen Agenturwechsel, der ganz klar ist. Wir wollen ihn trotzdem halten. Ein bisschen hat er gesagt, WM ist zwar ein brutales Schaufenster, aber mein klarer Wunsch ist, dass Borna bleibt. Absoluter Qualitätsspieler. Es würde schon schwer genug, ihn im Sommer zu ersetzen. Transfer im Winter wäre nicht gut. Das würde uns schwächen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Qualität im Kader erhalten. Dann sind wir stark genug, um den Klassenerhalt zu erreichen. Das so der Stand. Es wurde ja auch von Skyrim berichtet, irgendwie 15 bis 25 Millionen wollen wir so grob. Der hat einen 20 Millionen Marktwert. So roundabout. Er hat einen Vertrag bis zu 25. Also ich würde echt nicht sehen, warum er den jetzt irgendwie auch für unter 20 verkaufen sollte. Also ich würde da schon fast lieber Richtung 30 gehen, aber vielleicht gibt es den Markt nicht her. Wenn wir wirklich so ums Frecken verkaufen müssen, dann wird man sich auch da ein bisschen einig werden müssen. Natürlich auch da extrem schade, weil den kriegst du auch nicht ersetzt. Du wirst auch für die, sagen wir es einfach mal, 20 Millionen, die wir für ihn bekommen, ganz obviously wirst du für den dann keinen Ersatz holen können, der 20 Millionen kostet. Wahrscheinlich wirst du gar keinen Ersatz für ihn holen können. Und eben dann die Sachen, die sind ja schon ein paar Mal genannt worden, die interne Lösung von wegen, gut, dann spielt er Zagadou, linker Innenverteidiger, und dann spielt ein Ito-Linksverteidiger für Sosa und fertig ist. Wir haben beides wahnsinnige Stützen, die wegbrechen, also Endo und Sosa. Bei beiden muss man aber auch sagen, dass man es denen gönnen könnte. Also ein Endo lief er bei uns geil ab seit Jahren, den kann man es gönnen, dem Capitano. Sosa sowieso auch jetzt mittlerweile der Dienstälteste bei uns im Kader. War im Winter ja schon letzte Saison, gab es ja die Geschichte von wegen, er ist nicht gewechselt, weil er Klassenheit sichern wollte, haben es noch geschafft, hat mit Verletzungen gespielt und sowas. Also das sind schon Leute, wo man sagen könnte, ja, ist sehr scheiße, tut uns weh, aber rein menschlich und rein schrittmäßig und so weiter, können sie das machen, muss man denen alles Gute wünschen dann. Natürlich hoffen wir mal, dass er zumindest im Winter, da passen ja normalerweise ja nicht der größte, nicht die größten Transfers, dass die wenigstens im Winter bleiben und dann vielleicht erst im Sommer Thema werden, weil wenn die beiden wirklich wegbrechen oder zumindest ein Sosa wegbricht, das wird halt schon extrem krass und wir müssen das ja auch sagen, wenn die Qualität wegbricht, ist das Thema Klassenheit auch nochmal eine ganz andere Geschichte. VfB in Texas, auch nur ganz kurz, waren wir in der USA, in Austin, Texas unterwegs, hier DFL, wir machen Internationalisierungsstrategie, bla bla bla, ganz cool gewesen, die VfB-Videos dazu auf YouTube, die sie da gebracht haben, ganz witzig aufgezogen, Kakao war dabei, Ricardo Osuri dabei, schon ein paar geile Spiele auch dabei gewesen, sah alles sehr harmonisch aus, beim Kader waren ja, wie gesagt, bis auf die WM normalerweise alle dabei, Führig war nicht dabei, wegen der OP, die geplant war, die er sich unterzogen hat, mit der Verletzung am Schlüsselbein damals, und auch Mittelfuß, wird auch was korrigiert, lese ich gerade auch wild, Anton und Nathai waren nicht dabei, weil ihnen eine Corona-Booster-Impfung fehlt, da reicht es in der USA für die Einreise nicht, wenn man genesen ist, braucht auch eine Impfung, und Carasor blieb auch, wegen dem laufenden Verfahren, darf man auch noch im Hinterkopf behalten, das bleibt immer noch, das Verfahren ist da, es passiert halt nichts, also es ist da, es passiert halt nichts, weil die da überfordert sind in Spanien, viel zu viele Cases, viel zu viele Fälle, da passiert gar nichts irgendwie, das könnte sich noch ein Jahr ziehen, bis was passiert, normalerweise passiert da sowieso nichts mehr, aber an und für sich, das Ding ist noch da, Silas stand hier dran, dass er nicht mitreisen konnte, weil er angeschlagen war, ich glaube der ist noch nachgereist dann, ich meine Silas war dann auch noch vor Ort, natürlich auch einige Jugendspieler, haben auch einige Jugendspieler, ihre Einsätze bekommen dann, gegen Köln im Testspiel, was mit 4 zu 2 gewonnen wurde, 4 zu 0 zur Halbzeit stand es da, in einem mehr oder minder leeren Stadion im Osten, wir haben auch gestreamt gehabt, war eine geile Nummer damals, Kutibali Doppelpack, hat wie gesagt auf sich aufmerksam gemacht, Mafopanus auch Doppelpack, in der zweiten haben wir zwei Hütten bekommen, aber mein Gott, war auch egal, damit bleibt man echt die kompletten Testspielmeister, diese Saison haben wir jedes Testspiel gewonnen, was wir gespielt haben, 7-1 dagegen, Böblingen war es glaube ich, 3-2 gegen Wiesbaden, 3-2 gegen Zürich, 2-1 gegen Brantford, 5-2 gegen Valencia, 2-1 gegen Zürich, was war es beides, haben wir zweimal gegen Zürich gespielt, ich glaube schon, weil hier zwei verschiedene Wappen mir angezeigt werden, egal, und eben ist das Spiel gegen Köln auch gewonnen. VfB-Fans, da habe ich auch mal 2-3 Tabs vor mir endlich mal wieder, hier Vertikalpass und so weiter, haben wir eine VfB-Gott-Fußball-Fibel rausgebracht gehabt, und da hatten sie vor dem Spiel gegen die Bochumer, hatten sie einen Treff, wo auch der Kollege aus Bochum, der da eine Fußball-Fibel geschrieben hat, da war, und haben wir ja, das Fanprojekt hat eingeladen, eine schöne Sitzung gehabt, vor dem Bochum-Spiel, und da scheinbar auch geile Aktion, danach quasi so ein großes, großer ausgedruckter Zettel, mit eben den ganzen Daten obendrauf und so weiter, der halt aussing und sowas, hat sich wohl irgendwer vom VfB geschnappt, und da haben die ganzen Spieler und so weiter drauf unterschrieben, eine schöne Aktion, auch schön für viele, auch gerade für Leute, die Bock auf Jugendfußball haben, der Mercedes-Benz Junior Cup ist zurück, 2023, 7. und 8. Januar im Glass Palace in Sindelfingen, geht wieder was ab, auch in der bundesliga-freien Zeit, vielleicht was, was sich Leute reinziehen wollen, das VfB-Forum zieht um, ist in die Jahre gekommen, soll nun umziehen, perspektivisch plant man aber so ein bisschen ohne das, ohne diesen virtuellen Stammtisch quasi, schreibt hier die STN, ich muss ehrlich sagen, ich war glaube ich nie in meinem Leben auf diesem Forum, ich habe mal kurz geklickt gehabt, wie sieht denn das aus, und es sah irgendwie aus wie eine Website von 1975, also ganz, ganz wild, ähm, genau, aber natürlich gibt es durchaus natürlich einige, wahrscheinlich, scheinbar auch das, ne, offizielle VfB-Forum und so, einige, die es, die da auch waren, die das cool fanden, ähm, das wurde jetzt irgendwie verschoben, soll umziehen, ähm, ja, muss man mal gucken, wie es da so weitergeht, ab 2023 soll es unter www.brustringforum.de erreichbar sein, so ein Ding ist das, ähm, auch schon in der USA, der VfB Stuttgart Amerikaner, der Fanclub dort vor Ort, wurde jetzt auch zum offiziellen, ähm, Fanclub ernannt, offiziell der Fanclub VfB Stuttgart, sehr, sehr schön, ich glaube es war auch der Fanclub, wo diese geilen Bilder rumgingen, nach dem 2-2-1 gegen Köln, die Jubelbilder, äh, vom Fernseher in der USA, sehr schönes Ding, und zuletzt noch, gehört ja auch zu Fans dazu, ähm, über 12.000 VfB-Fans haben diese Umfrage, sorry, die, die Online-Petition unterschrieben, für eine Vertragsverlängerung von Misslintat, äh, und das Ding wurde am Donnerstag, war es glaube ich, ähm, dann symbolisch an den Vorstandsvorsitz, Alexander Werde, übergeben, ähm, ja, schöne Nummer, schöne Nummer, jetzt kommen wir so ein bisschen, zweimal knackig hintereinander, mit den zwei großen Themen, ähm, Nummer 1, die Finanzen, ähm, sieht es ja nicht ganz so prickelnd aus, ne, wir haben ja schon vorhin angesprochen, hatte ich ja gehabt, mit Sosa, dass man ihn wohl verkaufen muss, und sowas, ähm, hier auch aus dem Podcast, äh, aus dem Podcast von der SCN, äh, war auch zu hören, dass der VfB schon mehr als gesprächsbereit ist, Sosa zu verkaufen, weil er eben finanzielle Mittel generieren muss, das wird auch im nächsten Sommer wieder so sein, man muss auch im nächsten Sommer Überschuss erzielen, der VfB hat einen gewaltigen Kostenapparat, nicht nur Lizenzspieler, sondern eben auch Personaletat der gesamten AG, man hat scheinbar ca. 150 Millionen Umsatz und 350 Mitarbeiter, das ist einfach zu viel, das ging es so nicht, ähm, den Stadionumbau kann man sich eigentlich mit dem Kostenrahmen, ich glaube, so 10 Millionen sind es ja, ähm, kann man sich eigentlich in der aktuellen Lage gar nicht leisten, auch schön zu hören, ähm, das Corona-Loch ist immer noch ein Thema und natürlich auch die aktuell nicht existente Haupttribüne, die ganzen Logen, ähm, Einnahmen fehlen, ist ja auch ein Thema, ähm, es geht eben nur über Spielerverkäufe, ähm, ja, und das sollte, oder ist auch der Meinung aus dem Podcast hier, das sollte man besser erklären, auch an die Fans ran, was denn so finanziell die Sache ist, ähm, ähm, ja, schwierig, schwierig, wäre das Thema Haupttribüne, Businesskunden und so weiter, da haben sie jetzt so ein komisches Festzelt hingestellt, wahrscheinlich auch nicht so billig ist, ähm, um eben die dann quasi außerhalb vom Stadion so ein bisschen zu bewirten und so weiter, weil du eben ja auf der Haupttribüne, auf der Baustelle eben nichts mehr hast, äh, das eben auch wieder eine Millionenhöhe, ne, weil es sind ja nicht die normalen Plätze, sind die VIP-Plätze und so weiter, die da wegfallen in dem Thema, äh, Stadion, äh, und generell, ähm, hat hier auch die, die ZVW, also der Weibinger Zadionsverlag, hat das auch gemacht gehabt, gelistet gehabt, mal kurz im September, die Finanzen des VfB, äh, weil immer noch manche denken, wir haben doch so viel Kohle, wir nehmen doch so viel ein, ich bin auch kein Finanzexperte, ne, aber die haben es auch aufgelistet, Konzernabschluss von der AG, ähm, Erträge im Kalenderjahr 2021, sind wir bei 148,8 Millionen, der Aufwand im Kalenderjahr 2021, war aber 150 Millionen, sind also aus dem letzten Kalenderjahr mit 1,2 Millionen Miese rausgegangen, was eigentlich ganz okay ist für Corona, für den Corona-Lücke und so weiter, und hier steht auch was drin, was später noch kommt, ähm, 22,2 Millionen Euro wirtschaftliches Eigenkapital, da ist nichts, wir haben gefühlt nichts, das ist krank, das ist krank, einfach krank, hier steht es nochmal dran, 89 Millionen Euro Umsatzeinbruch durch Corona, von März 2021 bis Juni 2022, durch eben, ne, Stadion, wo du keine Plätze verkaufen kannst, ne, das haben wir immer gesprochen, von 4 Millionen pro Spieltag, oder pro Heimspiel, ähm, das ohne Zuschauer stattfindet, ähm, Jahresabschluss von, äh, vom EV, äh, sind minus 308.000, ähm, Euro, Eigenkapital ist da noch ein bisschen weniger, oder gefühlt nichts, 26.000 Euro steht da dran, aber wie gesagt, der Verein ist ja in der AG drin, wenn ich jetzt nicht völlig blöd bin, wie gesagt, ich habe da eigentlich wenig Ahnung, oder wenig ernstzunehmende Ahnung von, formulieren wir es so, ähm, dazu kann eben auch noch passieren, dass Mercedes abspringt, auch einige Artikel in der Zeit, äh, bis hierhin gekommen, dass es eben möglich ist, dass Mercedes geht, ähm, vor allem Thema ist Trikot, wir bekommen wohl so 16 Millionen gesamt von Mercedes, und halt wirklich 10 Millionen fürs Trikot, das ist glaube ich auch in der Bundesliga recht hoch gerankt quasi, ähm, im Bundesliga-Vergleich, dass wir 10 Millionen fürs Trikot bekommen, und so, ja, ist, brauchst du nicht unbedingt ein tieferer Finanzexperte sein, ähm, was ich mir auch vollkommen abschreibe, wie gesagt, um zu merken, jo, scheiße, natürlich müssen wir einen Sohn so verkaufen, also braucht glaube ich kein mehr, kein mehr groß zu wundern, ähm, gab es ja auch dann Berichte von der Bild oder sowas glaube ich, wo es dann eben hieß, was ich vorhin angesprochen hatte, hier 2,21 stand dran, Eigenkapital 22 Millionen, da hieß es, wir haben Eigenkapital von 25 Millionen, der ganze Bums an Spielergehälter, bla bla bla, kostet aber 50, das heißt, du musst schon mal, um da irgendwie auf die Null zu kommen, auf jeden Fall 25 Millionen Überschuss machen, im Transferfenster, immer, also im Jahr, ne, im Jahr, also in irgendeinem Transferfenster irgendwie zusammen auf 25 Millionen kommen, da macht es schon Sinn, dass du eben auch mal einen Sohn halt verkaufen musst im Winter für 20, 25 Millionen, wie auch immer dann da, wie viel auch immer da rausspringen, ähm, Jagdstadionumbau ist immer bei 10 Millionen, Corona haben wir 89 Millionen verloren, ähm, die ganzen teuren VIP-Plätze und Logenplätze fliegen weg, wir haben die, die dürfen nicht vergessen, dass wir auch aus Abstiegsjahren kommen, in den letzten vier Jahren sind wir zweimal abgestiegen, da sind auch direkt schon Verluste drin, ähm, und wie gesagt, Missentat, äh, hat ja, oder in den letzten Jahren zumindest, war ja auch, waren ja auch Reschke-Spieler dabei, die Missentat verkauft hat, so rum, ähm, haben wir knapp 90 Millionen Transferüberschuss gemacht, ne, da kommen wir halt weiterhin bei Minus raus, also, deswegen musst du halt leider weiterhin auch Spieler verkaufen, es hieß auch schon damals direkt quasi von Werde nach, äh, oder recht früh, als er da war, dass wir eben mit diesen Auswirkungen in der Pandemie finanziell noch zwei, drei Jahre leben muss, die zwei, drei Jahre spüren muss, und so ist es auch dann bei uns, im Sommer, wie gesagt, laut dem Podcast, und macht ja auch irgendwo Sinn, werden wir wieder mehr Einnahmen machen müssen, ähm, Überschuss generieren müssen, ähm, die Situation sieht scheiße aus, und auch aus dem Podcast kam raus, oder hieß auch aus dem Podcast raus, wie gesagt, SN, SCZ-Podcast, bei Cannstatt, ähm, dass sich der VfB definitiv keinen weiteren Abstieg leisten darf, sieht also alles nicht so rosig aus, die wollen ja, glaube ich, auch noch einen Artikel mal bringen, irgendwann, ähm, hieß es auch im Podcast, ähm, zu dem Thema Finanzen, wahrscheinlich ist es auch einen Ticken schwerer, das alles aufzurollen, und mit VfB-Leuten zu sprechen, hier Ignasi und so weiter, die, die Leute, die da zuständig für sind, aber vielleicht kommt irgendwann mal ein Artikel, wo dann auch wirklich klipp und klar alles drinsteht, ähm, wie es jetzt finanziell aussieht beim VfB, ähm, auf jeden Fall mal nicht schön, ne, um es mal grob zusammenzufassen, ich hoffe, ich habe hier auch, äh, alles so ein bisschen vorgetragen, dass es auch für euch Sinn macht, ähm, Missentat, nächstes großes Thema, haben wir zwei am Stück, der Kollege, der hier vor kurzem 50 wurde, oder was heißt vor kurzem, vor zwei Wochen 50 wurde, hat ja auch ein schönes Bild von Hands of God, überreicht bekommen, mit seinem Jubel kann man ja auch kaufen, das Ding, ähm, da hieß ja immer, Thema Missentat, und Trainerfrage, laut Vereinen, äh, spätestens zum Trainingstart am 12. Dezember, solche Klarheit herrschen, hieß es, ähm, wer die Leute sucht, ist auch mehr oder minder klar, ähm, das ist hier, hier, ne, Werle auf jeden Fall, du hast auch Kedira dabei als Berater, ähm, dazu muss natürlich auch der Aufsichtsrat, absägt in den ganzen Spaß, und hat dann seine Stimmen mit drin, und so weiter, das sind so die, die Leute, die das, die das machen, gerade auch Trainer sucht, natürlich kommt auch ein bisschen dazu, sollte dann bleiben, auch Markus Rüth, der mit Missentat, untermissentat, wie auch immer arbeitet, das sind so die Namen, äh, die das regeln, logisch, wo ein Gerücht da ist, dass ein, oder ein Gefühl da ist, ein Gerüchtchen da ist, dass ein Missentat nicht verlängern könnte beim VfB, da ist auch ein BVB-Gerücht nicht weit, ähm, aber da ging es auch nicht näher rein, nur mal irgendwann kurz genannt worden, ey, Missentat zu Dortmund, vielleicht von der, von der Watz, aber mehr auch nicht bisher, ähm, die Bild hat er mal von, äh, gemeint, am 16. November, dass, äh, er schon nächste Woche weg sein könnte, Missentat schon am Montag vorbei sein könnte, der Montag ist auch schon lange abgelaufen, da war nichts dran, ähm, hat auch, hab auch einigen Quatsch geschrieben, Sportbifflin wegen, es wäre ihm wichtig, ähm, hier mit Sport, Sportvorstandsposten und so weiter, da hat aber jetzt auch zum Beispiel, SCN, ähm, haben auch ein Ding vorliegen, hat hier der Meisel geschrieben auf Twitter, dass sie eben, ne, haben einen O-Ton vorliegen, also ein Interviewschnipsel vorliegen, von Missentat mit der Aussage, dass Sportvorstand für ihn völlig egal ist, die Rolle ist ihm egal, ähm, da kommen wir auch kleiner zu, was ihm eben wichtig ist zum Abschluss, wenn wir hier die Chronologie so ein bisschen durchgegangen sind, ähm, klar ist auch, wurde auch berichtet, so gibt es uns ja auch das Gefühl, dass es eine Pro und so ein bisschen eine Kontra Richtung, Missentat gibt, immerhalb von, immer innerhalb des Vereins, auch alles nicht schön, und was hier auch mal wieder rauskommt, wo dann wohl scheinbar wirklich auch was dran ist, Missentat und Khedira können wohl nicht so ganz miteinander, leider, ähm, so ein Thema, was auch ein bisschen schwierig ist, weil Khedira einfach einer ist, der bei mir von Grund auf einfach Kredit hat, weil es einfach ein geiler Kicker war, einer meiner Lieblingsspieler, wahrscheinlich der Lieblingsspieler vom VfB, den ich in meinem Leben gesehen habe, ähm, aber wenn du halt so Sachen hörst, äh, gut, das war von dieser komischen VfB-Fokusgruppe auf Facebook, da brauchen wir nicht näher glauben, aber man kann dem schon glauben, schenken, auch wenn Kicker und so weiter schreiben, dass es da ein bisschen Krach gab, gab es irgendwie auch, die meinen, der VfB-Fokusgruppe meint, äh, dass es da irgendwer gehört hätte, dass Khedira gesagt hat, mit dem Arschloch setze ich mich nicht mehr an einen Tisch, also in Bezug auf Missentat, und das natürlich auch alles andere als positive Missentat, ähm, in der gesamten Geschichte hier, ähm, Sky hat auch berichtet, dass sie, ja, ganz obvious, ganz klar, aber haben auch berichtet, dass die Trennung vom VfB immer wahrscheinlicher wird, dieses dann auch, also Stand von letzter Woche hieß es, Mittwoch, Donnerstag, entscheidende Gespräche, ähm, Sky hat noch geschrieben, dass Missentat bereit wäre, bis zum 30.06. voll durchzuziehen, das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht, also wenn sie mit Missentat nicht verlängern, glaube ich nicht, dass Missentat hier auch nur einen Tag länger bleibt, übertrieben gesagt, weil warum soll er bis Sommer da bleiben, wenn er eh weiß, danach bin ich nicht mehr da, glaube ich nicht dran, und auch da auch aus der anderen Richtung raus, warum sollte man mit jemandem zusammenarbeiten, weil man weiß, im Sommer ist eh vorbei, gerade auf so einer Position, ähm, wie gesagt, aber letzte Woche ist ja nichts passiert bisher, ne, also auch die Angaben nicht ganz richtig gewesen, ähm, der Kick hat berichtet, ähm, dass die Gespräche bisher ergebnislos waren, zwischen Werle und eben dem Sportdirektor Missentat, ähm, dass hier wohl Azuzi von Fürth, äh, und da Markus Mann von Hannover, beides auch Sportdirektoren bei den Klubs, scheinbar, ja, im Gespräch sind, in Gedankengängen sind, wie auch immer beim VfB, äh, es wurde dann auch dementiert, von der STN, dass da nichts dran ist, laut deren Infos, dass da nichts dran ist, an, an Azuzi und an, äh, Markus Mann und eben hier, das große Thema, hat die Bild auch gelistet, ähm, wissen wir aber ja auch eigentlich alle mittlerweile, dass es Missentat nicht darum geht, dass er Sportvorstand wird oder sowas, also um die Rolle ist ihm egal, ihm geht es auch nicht wirklich ums gute Gehalt, ähm, ähm, aktuell steht sie bild, 800.000 Euro im Jahr, kann man wahrscheinlich schon noch einen Ticken mehr sagen, keine Ahnung, ähm, sondern eben vor allem der Bereich von Kompetenz, das ist ihm ja sehr wichtig, dass er eben einen recht kleinen Bereich da hat beim VfB, oder eine kleine, eine kleine Menge an Leuten hat, mit denen er arbeitet, ne, ähm, und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr gegeben, nicht mehr in dem Sinne, seitdem der Werle quasi ohne ihn einzuweiden, da seine Geschichten gemacht hat, jetzt ist ein Kedira da, der ja eigentlich nicht ins Operative eingreifen sollte, jetzt aber irgendwie doch immer überall am Start ist, ähm, bei jedem Spiel dabei gefühlt, bei jedem Training dabei irgendwie, äh, jetzt auch in den Trainergeschichten mit eingebunden, in die Trainerentlassung und so weiter, wie gesagt, er hat Kredit bei mir, aber, er ist halt auch dermaßen unerfahren, der kommt da ja wirklich auch ohne jegliche Erfahrung rein, ähm, da wäre ich, fände ich schon schade, wenn Kedira auch ein Puzzlestück davon wäre, dass man ein Missland hat vom Hofjagd, fände ich schon schade, jetzt so aus der Außenbetrachtung raus, ähm, Lieblingsspieler hin oder her, ähm, aber wie gesagt, das Wichtigste sind nämlich die Kompetenzen, da hat ihm Hitzesberger wohl damals schon einen ziemlich, ziemlich ordentlichen Vertrag hingelegt, muss man ja auch in der, dass er in dem Sinne ein bisschen Kritik äußern, sagen in Richtung Missland hat, ähm, weil er schon einige Befugnisse hat, einige Zugeständnisse hat in dem Vertrag, die ihm schon sehr gut tun, ne, sollte zum Beispiel eine Entscheidung im Sportbereich ohne seine Zustimmung und ohne seine Unterschrift erfolgen, kann er von jetzt auf gleich kündigen, mit Lohnfortzahlung bis Vertragsende, da sind schon, da sind schon Privilegien drin, weiß ich jetzt nicht, also die sind glaube ich nicht ganz so üblich, nicht ganz so üblich in, äh, Verträgen, äh, Werle, da ist eben die Frage, wie viel nimmt ihm Werle davon weg, wie viel Privilegien nimmt er ihm weg, wie viel Macht quasi nimmt er ihm weg durch den Vertrag, ähm, hier hartnäckig und stur, zitiert die Bild noch, Hitzesberger, nach den Verhandlungen mit Missland hat, die er dann aber zum guten Ergebnis kam, in Sachen Verlängerung 2020 dann im Dezember, ähm, da ist eben die Frage, wie viel nimmt Werle weg und wie weit hat Missland wirklich einfach Bock auf den Verein und nimmt das dann vielleicht auch in Kauf oder ist er vielleicht dann wirklich dann doch auch, äh, zu hartnäckig oder zu stur und verlängert dann eben auch doch nicht, ne, das ist eben die große Frage, ähm, die ersten verrückten Ideen, die wir auch schon alle im Kopf haben, wurden jetzt auch von der, vom Weibinger Zeitungsverlag zumindest als Ideen genannt, nicht als Gerüchte, einfach nur als Ideen, als Gedankenspiele genannt, ähm, auch eine interne Lösung wäre denkbar, Sami Khedira könnte als Sportdirektor das operative Geschäft, Christian Gentner als Leiter der Lizenzspielerabteilung das Tagesgeschäft übernehmen. Puh, das wäre schon ziemlich wild. Aber wenn die da jetzt im Dezember, oder jetzt, ja, dann bald im Dezember, den Missentat losgeworden sind, um es negativ zu sagen, weil so wirkt es auf einen, dass er den schon loswerden wollen und dass er eher missert ist, das Opfer ist in der gesamten Lage vom Verein gerade, wobei, wie gesagt, habe ich auch gerade schon genannt, ähm, auch da sagen muss, dass der Kollege schon durchaus auch seine Hartnäckigkeit hat, ne, der wird schon nicht so ein einfacher Verhandlungspartner sein, bin ich mir ziemlich sicher. ähm, aber da ein Kedira hinsetzen, der noch null Erfahrung hat, ich meine, klar, Hitzberger hat auch nicht große Erfahrung, der war da vor dem NLZ wenigstens und es lief auch ganz okay, ähm, Gentner auch noch null Erfahrung, das wäre schon alles sehr wild, ne, das wäre schon alles sehr wild. Klar ist auf jeden Fall, dass diese Gespräche jetzt wohl, ja, bleibe ich heute Abend noch hoch, ich glaube schon, äh, auf jeden Fall Dienstag und Mittwoch wohl wieder aufgenommen werden sollen und das Thema Mislintat wohl dann endgültig abgeschlossen sein, die Entscheidung gefällt sein soll, ähm, am Donnerstag, bis Donnerstag, weil sie da eine Aufsichtsratssitzung haben, der es ja auch nochmal absignen muss, das wäre ein guter Zeitpunkt, äh, hieß von Werle, das heißt bis Donnerstag oder am Donnerstag wird man wohl Bescheid wissen, wie es weitergeht mit Sven Mislintat. Und danach natürlich dann die Frage, wer wird Trainer beim VfB, ähm, kann ja nur gefühlt aus einem Kickartikel irgendwie mal alles zusammengefasst hier, äh, berichten, ja, Wimmer hat durchaus Chancen, ähm, der Punktgestell von 1,5 Punkten, ist nicht verkehrt, kein schlechtes Argument, ähm, paar Werte sind besser geworden, Zweikampfquote ist ein Tacken besser geworden, Passquote ein bisschen höher, mehr Tore geschossen, oder auch mehr Tore, Torversuche, also unter Materazzo, bei Besitz ist es um 8% hoch, von 44 auf 42%, gibt schon ein paar Stats, ähm, die für ihn sprechen, ein paar Daten für Wimmer, interessant, ähm, Torup wartet wohl, also, ist immer noch im Rennen, scheinbar, der Jazz Torup, der ja auch aktuell noch vereinslos ist, den würde die Bundesliga wohl zweifelsohne Locken reizen, ähm, mal gucken, ob das das wird, der wäre ja auch sofort zu haben, ist ja vertragslos, vereinslos, ähm, Schreuder, wohl auch immer noch ein Thema, der aber ja noch vertraglich gebunden, die Frage ist halt da, wie lange ist der noch gebunden an die, also offiziell bis vor 24%, aber gab es auch schon Schreuder-Rausrufe und so weiter, also es kann schon gut sein, dass es auch da vielleicht bald vorbei ist, ähm, bei Ajax Amsterdam, scheinbar immer noch ein Thema, die beiden, oder einfach gerade keine anderen Namen, äh, keine anderen Namen am Start, ähm, ähm, auch noch hier ein Ding, auch aus dem, äh, meinen VfB-Podcast, äh, hieß auch raus, dass die Spieler wohl, die haben ja damals auch schon mal gesagt, irgendwie vor irgendeinem Spiel, dass sie, wenn wir gerne weitermachen würden, dass sie es gut finden und so weiter, jetzt mittlerweile sagen wohl die meisten Spieler, oder haben sie auch intern durchgegeben, wie auch immer, also intern innerhalb vom VfB durchgegeben, dass die Mannschaft oder einige Spieler wohl eher, äh, für einen neuen Trainer sind, mal gucken, was da passiert, kurzes, ich hab's interessantes Drumherum genannt, weil, Liverpool geschockt, hat der Kicker berichtet, auch vor ein paar Tagen, Sportdirektor Ward tritt nach wenigen Monaten zurück, ähm, Verein überdenkt Strukturen, ähm, und einfach nur deswegen, interessantes Drumherum, bei Liverpool wird ein Posten frei, ein Sportdirektorenposten, ähm, ja, mit Kloppo noch als Trainer, also sollte Mislintat, nicht bei uns bleiben, wovon ich ja irgendwie gerade leider ausgehe, dass der nicht bei uns verlängert, wobei es aber noch möglich ist, ne, also ich hab die Hoffnung nicht aufgegeben, aber ich glaube nicht mehr groß daran, schon länger nicht mehr, ähm, könnte natürlich sein, dass da ohne, ich hab keine Ahnung von internen bei Liverpool, also im Sinne von, mit was für einen Ersatz zu suchen und so, ich hab keine Ahnung, muss auch hier schreiben, von wegen Verein überdenkt Strukturen, aber, Liverpool, Sportdirektorenposten frei, unter Klopp, da wäre vielleicht interessanter Posten für Mislintat, sollte er eben bei uns nicht mehr im Verein sein, ähm, das hier auch interessant, ähm, hier, von Genua, ist Alexander Blessin, oder noch nicht, aber er wird wohl bald, laut Fabrizio Romano, bald, ähm, gefeuert dort, bei Genua, ähm, war davor bei RB Leipzig, in gefühlt allen Jugend-Trainerposten unterwegs, bei KVOS Tende war er auch in Belgien, ähm, als Trainer 49 Jahre alt, ein Deutscher eben aus Stuttgart, deswegen da vielleicht interessant, auch im Sinne von, dass er, glaube ich, auch mal so halbwegs genannt wurde, in irgendwelchen Trainergerüchtchen, ähm, ich glaube, da hat er auch irgendwie so einen Ex-VfB-Spieler, ich glaube, ist das Karl-Heinz Förster, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung, ist, glaube ich, auch Berater von ihm, ist, mit Genua in der zweiten italienischen Liga gerade, auch im Aufstiegsrennen, soll da wohl, äh, demnächst geführt werden, laut Fabrizio Romano, wie gesagt, bei Leipzig alles durchgemacht, ne, wie man sieht, U17, U19, die Zweier, dann hat er also Co-Trainer, danach war er nochmal ein richtiger Trainer, bei U17, bei U19, ähm, ja, nicht schlecht, JL, äh, YL muss wahrscheinlich U-Fleague heißen, genau, mit U19, das ist schon nicht verkehrt, aber, keine Ahnung, ob der interessant wird, ist, sind so Nebengeräusche, die ich bis hin gesehen habe, auf Twitter dachte, ey, komm, nehmen wir doch mal mit, die beiden Themen, Liverpool und eben Trainer, ähm, VfB-Frauen, müssen wir auch mitnehmen, ähm, haben wir jetzt gesehen, die Werder-Frauen haben gegen Freiburg gespielt, ähm, und weil er gerade kein Munziger ist, haben sie es auch einfach bei sich, im richtigen Bremen-Stadion gemacht, und da waren auch wieder über 20.000 Zuschauer da, ähm, ne, über 30.000 Zuschauer sogar, oder? Ne, über 20.000 Zuschauer waren es, egal, auf jeden Fall eine gute Zahl, über 20.000, sehr, sehr stark, geile Stimmung, Ultras dabei gewesen, muss man einfach beim VfB eigentlich auch mal durchziehen, also ich weiß nicht, woran es liegt, dass man es aktuell nicht tut, vielleicht einfach, weil man noch zu niedrig ist mit der Liga, aktuell, und das irgendwie, sich vielleicht selber denken, weiß ich, vielleicht ein bisschen too much, ähm, aber ganz ehrlich, in so einer WM-Pause, viele haben eh keinen Bock auf die WM, gucken das nicht, VfB nicht mehr bis, bis, äh, bis hier, bis Mitte, Ende Januar, das nächste Spiel erst wieder, schickt doch die Frauen auch mal ins Stadion, macht die Preise, die, die Karten erschwinglich, und dann kommt da auch ein guter Schnitt an Fans, weil der VfB, der normale VfB-Fan, oder die meisten VfB-Fans, könnte sich gefühlt für alles faszinieren, also ich war ja auch schon bei den, bei den, bei den VfB-Frauen, wo es noch Obertürkheim war, Relegationsrückspiel letzte Saison, aber ohne Witz würde ich mich auch sehen, einfach, einfach um wieder im Stadion zu sein, da für ein paar Euro VfB-Frauen zu gucken, in der Mercedes-Benz Arena während dieser scheiß WM-Pause, warum nicht, aber er wird wahrscheinlich seine Gründe haben, dass man sowas nicht macht, vielleicht auch, weil man gerade da, vielleicht gerade in der Zeit, vielleicht auch ein bisschen schneller vorankommen könnte, dann in Sachen, äh, Umbau bei der Haupttribüne, keine Ahnung, aber perspektivisch wäre schon mal cool, die Frauen bei uns in der Arena zu sehen, die jetzt eben auch, die Oberliga-Herbstmeisterschaft gesichert haben, Lars Menelziek, äh, beim TSV Neckarau, muss man aber auch ein bisschen sagen, natürlich, geil, top, cool, aber wie gesagt, die sind ja aus der Relegation abgestiegen, und das ist auch das ganz klare Ziel, auch eben auch, dass wir gerade ein bisschen mehr in den VfB natürlich, also im Sinne von, die werden jetzt keine Millionen da reinhauen, aber eben im Sinne von investiert in den Frauenfußball, und da eben schon auch seine, seine Ziele steckt in den nächsten Jahren, irgendwann auch dann eben, mal zweitiges, mal erstiges, irgendwann mal ganz hoch zu kommen, sollte man auch dann die Oberliga wieder aufsteigen, direkt mit dem Projekt eben, aber trotzdem natürlich schön, Oberliga-Herbstmeisterschaft, sehr schönes Ding, äh, FIFA 23 hat mich hier noch stehen, ähm, machen wir auch ganz kurz, ähm, für die Zocken, haben wir wirklich dieses Jahr durchaus Glück, oder sind durchaus verwöhnt fast, als FIFA-Zocker, was den VfB angeht, hatten ja hier Nathai schon, ich weiß gar nicht, ob man den noch erspielen kann, ähm, aber hatten hier Nathai, als ZM-Karte 85, schöne Special-Karte, und den kann man auf jeden Fall noch machen, die SBC, ähm, für Sosa, scheinbar so 50k, äh, für die SBC, aber das meiste sollte man eben für einen haben, schöne Linksverteidiger, Linksverteidiger-Karte auch 85, man kann echt einige VfB-Spieler zocken in diesem FIFA-Teil, auch generell, passen ja mal Frau Panos und so Leute da hinten drin, ähm, da ist ja auch ein Silas-Inform und sowas, da kannst du schon echt einige Karten spielen, das ist schon ziemlich geil, ähm, was haben wir hier noch, genau, Diakonie Stetten, da haben wir auch noch zum vorletzten Punkt hier, äh, finde ich auch, ist auch irgendwie persönlich was Schönes, finde ich, ähm, Diakonie Stetten, ist ja hier Arbeit mit Behinderten, und, ähm, da war Missens mal einmal am Start, ähm, und hat da mit dem ein bisschen gekickt, hat den so ein, den, den Produkt-Adventskalender vom VfB vorbeigebracht, das große Ding quasi, schöne Aktion da, und auch noch eine zweite schöne Aktion, Diakonie Stetten, haben sie hier, äh, VfB eine großzügige Spende getätigt, ähm, damit sie eben da auch hier eine, Fußballmannschaft quasi neue Trikots bekommt, da haben wir eine Kooperation mit dem SG Weinstadt, ähm, Team bestehend aus den Special Olympics Fußballern, der Diakonie Stetten, und Spielern aus der Fußballtagung des Weinstädter Sportvereins, ähm, schönes Trikot hier, äh, gefällt mir sehr gut, generell, wie gesagt, Diakonie Stetten hat einfach was, einfach was Schönes, weil ich auch da selber schon oft geschafft habe, also, nie jetzt Ewigkeiten, aber halt Ferienjob mäßig, hab ich da, fünfmal, ich glaub fünfmal, ich glaub fünfmal waren's mittlerweile, fünfmal geschafft, äh, als, ja, Ferienhelfer halt, was weiß ich, mal vier, mal fünf, mal sechs Wochen, irgendwie so, ähm, sehr schönes Ding, eben auch Arbeit mit Behinderten, war da auch in jeglichem Bereich, sei es jetzt, sei es jetzt so Werkstatt, wo man mitarbeitet, sei es dann, äh, Betreuung eben, sei es wirklich, Vollgas, halt Pflege und alles, auf dem Wohnheim, Erwachsenenwohnheim und so weiter, alles, alles da gemacht, deswegen finde ich es umso schöner mit der VfB, eben gerade auch mit denen, äh, da was quasi zusammen macht, da spenden und so weiter, die Diakonie Stetten, schöne Aktion auf jeden Fall, und zum Schluss noch, letzter Punkt, wir halten sie tatsächlich unter einer Stunde, ähm, nochmal den Themenpunkt Push, sag ich mal, und da auch ganz eigennützig im Push, nämlich für mich, äh, im zweierlei Sinne, muss ich generell sagen, dass ich es echt schön finde, wie viele da auch immer wieder schreiben, von wegen, ey, total kacke, dass STR aufgehört, aber ey, wenigstens haben wir dich noch, oder auch einige, die von STR eben kommen und sagen, ey, scheiß die Aufklärung, aber cool, dass wir dich noch haben, schaue ich hier mal ein bisschen vorbei, hier auch der Sebastian, der Butze, eben auch einer von den beiden, also der von Vertikalpass, und eben auch, äh, einer der beiden, neben Ricky natürlich, vom STR-Podcast, hat auch da gesagt, äh, auf einen Tweet reagiert, äh, vor ein paar Wochen, wo es hieß, äh, voll kacke, VfB STR-Folgen fehlen, gibt ja irgendwie nichts vom VfB, da hat er geschrieben, zwei Podcasts, rund um den Brustring-Podcast, sondern Brustring-Talk, und eben auch mich genannt auf YouTube, ähm, sowas Alternativen, gibt einige, kein Problem und so weiter, ähm, kannst dir noch einige coole VfB-Sagen angucken, auch mich genannt, fand ich schon sehr geil, hat mich sehr gefreut, und eben auch das, habt ihr ja auch mitbekommen, hab ich in die Instagram-Story geballert und so weiter, ähm, dass ich ja hier auch vom SWR Sport, ähm, ja, gepusht wurde quasi, oder kurz angesprochen wurde, wie auch immer, äh, bei der Folge nach dem Berlin-Spiel, haben wir auch mal einen Clip reingeschnitten, von dem Lars-Millet-Tor da live aus dem Vlog, einfach eine geile Aktion, SWR Sport, wie gesagt, sind auch die, hab ich auch angesprochen, sind einfach auch die auf mich zugekommen, nicht andersrum, die sind auf mich zugekommen, auch mit den Kollegen immer wieder am Schreiben, mit den Moderatoren dort, auch total schläge Typen, das ist schon ziemlich geil, wenn die eben sagen, ey, geil, VfB, natürlich wollen wir auch die Präsenz ein bisschen erhöhen, nur VfB auf YouTube, die mit ihrem Format wachsen, ich wachsen und so weiter, ähm, die dann sagen, yo, geiler Kanal, ey, lass mal hier irgendwie uns gegenseitig Shoutout, und hab's ja auch, dann im Vorbericht, äh, denen auch einen Shoutout gegeben, für ihr, dein VfB-Format, was ja auch geil ist, aber das hier so, das ist der Unterpunkt mit dem Push, einmal schön von dem Kollege, von Sebastian, vom SDR-Podcast, und vom Vertikalpass, äh, von euch generell natürlich, die alle über den SDR vielleicht hergefunden haben, äh, und auch vom SWR-Sport, sehr krasse Aktion, freut mich sehr, damit bin ich durch, ähm, über 50 Minuten, holy shit, ich hoffe wenigstens ein bisschen was, war davon interessant, ohne jetzt meine Folge irgendwie selber runterreden zu wollen, äh, aber war halt schon, großes Tover-Bohu, einige verschiedene Geschichten, auch manche ein bisschen länger her, aber wie gesagt, ich wollte's abarbeiten, bevor da jetzt irgendwie an Dienstagabend schon die Meldung kommt, ein bisschen hat verlängert, oder überverlängert eben nicht, und ich immer noch hier auch, meinen ganzen 1000-News-Hoc, wollte ich sehr abgearbeitet haben, raus aus meinem Kopf, ähm, so bin ich da auch einfach, muss ich sagen, so ein bisschen eigen, ähm, aber das Ding musste raus, hoffe, euch hat's gefallen, vielen Dank fürs Zuschauen, hier will immer natürlich viel mehr fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020